Nichts zu erleben. Aber noch zwei noch, glaube ich, die zwei habe ich noch. Die sind am Rand. Da, der. Und der hier. Dieser. Der muss noch woanders hin. Der Bund ist doch hier viel mehr. Und dann können wir immer noch sehen. Und dann können wir immer noch sehen, wo wir was hinbauen. Oh, ich nehme nur die falsche Taste. Hauptsache, die. Der noch. Der noch. Oh, ich meine, der ist ja nicht. Der steht da. Der steht da. Da sind die anderen Bäume auch weg, oder was? Aber das ist ja komisch. Also die Bäume sind nur so lange da, wie die Dinger auch da stehen. Und dann können wir hier hin. Und dann können wir hier ein bisschen die Insel, die Insel bevölkern mit Bäumchen. So. Dann würde ich hier mal einen Samen reinmachen. hatte ich die hier vergessen oder ok dann müssen wir also noch viel aber jetzt bauen dann bauen wir erstmal die die erz extraktoren sehr schön essen für die kleine zwischendurch muss der kürbis reichen erz extraktoren das heißt da ist er so wenn wir dafür erstmal brauchen dann bauen wir uns also erstmal ein in der osmiumhöhle ja das machen wir doch aus dem höhle haben wir doch oben bei unserem höher gelegenen stützpunkt und dann waren zwischendurch auch noch welche aber wir nehmen natürlich vor dass er uns wirklich von hier mit da geht es ja schon los gucke einer an das ist so extrem das hätte ich jetzt gar nicht gedacht 3 erstmal 3 3 aus mir die finden wir ja nicht so einfach mehr einfach mal so nebenbei und aus dem kopf weiß ich auch nicht haben wir gibt es eine osmium rakete ich glaube nicht aus mir und uran ja aber aus mir und glaube ich nicht ja davon schicken wir noch mehr hoch biomasse ich schließe jetzt einfach mal so eine hoch weil irgendeine aber ich weiß nicht mehr welche hat auch ich schließe jetzt einfach mal so eine hoch aus mir mit runter gebracht ich probiere jetzt einfach dafür brauchen wir super zeug trittwerk haben wir keins ok also brauchen wir noch mehr so ist das wenn man anfängt zu träumen ja dann muss ich ja ganz anders machen dann muss ich ganz anders machen so erstmal das eisen haben wir mit weil ich will kompass kompass mikroschip weil ich will mir solch in einen 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 solchen bildschirm bauen in gebieten wo ich noch nicht wo ich noch nichts gefunden habe wo ich die goldene truhe noch nicht gefunden habe weil ich mir endlich drücker drücker patronen besorgt trug tuner besorgt habe hartmäßig schöne karte ausgedruckt aber ich blindfisch weiß ja trotzdem immer nicht wo ich bin und mit der karte kann ich dann doch genauer sehen kann ich die karte in dem gebiet wo ich aktuell bin mit meiner karte an der wand vergleichen und dabei kann ich viel besser sehen die öpplichen begebenheiten vergleichen um die bunker und die goldenen truhen zu finden ein paar fehlen ja noch so jetzt haben wir so lange geklatscht weiß ich gar nicht mehr was ich machen sollte ach so ship ship bauen wir hier haben wir doch nicht mann das ich kann doch nicht mehr hier runter Silizium hier und auch hier unsere unsere mechanische ecke ist sagen wir mal Eisen Eisen Silizium wenn das Ding da steht die können wir ich renne nicht jedes mal runter da haben wir ja keinen anderen da ist ja los so 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 zieht hier ein mal ich kann es auch mal ich kann es nicht mehr und ich kann es nicht mehr das was ich nicht mehr Ein Magnetium, zwei Aluminium, dann baue ich mir gleich ein paar mehr. Weil jetzt, wenn wir die Extraktoren bauen können, dann haben wir da keine Probleme mehr mit Bodenschätzen. Dann machen wir uns ein bisschen größeres Lager, sage ich mal, in jedem Gebiet. Da wo es auch Golddrohnen gibt, einfach mal so. Und dann kommt das Schreibtisch rein mit Kompassbildschirm. Also mit die, so. Zwei, lusch, 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 l șwале, oder wie das heißt, lusch, l y sun? sand polz zwei haben wir jetzt noch so voriges schwefel schwefelgebiet ok da haben wir ja eigentlich schon gefunden da war ja nichts weiter aber es geht ja ums prinzip und wie sie sehen silizium aber auch daran soll es nicht scheitern noch nicht zwei haben wir eins, zwei, drei, vier fünfte, da sind schon ein paar, ne? ist doch egal wenn man genug material hat ja klar, jetzt könnt ihr ja sagen, ich kann ja ruhig jedes mal wieder abbauen, warum soll ich? andererseits wenn wir in einem gebiet waren und die goldene truhe und den eventuell dort vorhandenen Bunker bisher nicht in jedem gebiet gefunden haben, dann ist das ja wirklich nur noch dort rumlaufen wie viele haben wir denn jetzt? eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs ich mach mal zehn stück ich mach ruhig mal egal oder auch nicht oder auch nicht oder auch nicht so da werden nicht alle gebiete gleichzeitig bereisen können wir ja ein paar chips erstmal da rein machen so dann kann das wieder zurück dann kann das wieder zurück zuerst Lush 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 Walli aber das nervt mich dass ich dort dass ich dort den Dings nicht gefunden habe beides, beides nicht gefunden so, Eisen Eisen für die Tür Mensch rein wir hm gut Silizium sammeln oder hängt hier aus Versehen noch was mit drin ne so dann brauchen wir noch Wasser so also Silizium sammeln Wasser Essen haben wir hier noch mit Wasser rum und draußen schnell mal im Vierer Pack na das ist ja wie als wir den Supermarkt gehst hier so Wasser Sauerstoff Sauerstoff ist nicht viel aber da kann achso da können wir doch die Gasextraktoren die können wir ja mal gucken ob wir da was abzwacken können und wir dafür machen jetzt erstmal nichts anderes dann kann ja weder nicht mehr fliegen ja die will ich erstmal nur haben so jetzt habe ich vier vier das ist gut Silizium 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 erst mal vielleicht finden wir dann in meinem meine rechnung ist vielleicht wenn wir in den in den goldruhen dann jeweils noch nicht gefunden haben oder in den buchern wie gesagt zuerst ja da hinten vielleicht das schwelle ist ja das wo die keine hütte auf der insel haben und da will ich auch die monotone reinbauen dass wir da hoffentlich osmium finden aber jetzt will ich nicht verplappern hier sonst ist mein das ist schon wieder alle und das schweiler da lang in die richtung so für schreibtisch bauen müssen jetzt kommen auch die bäume langsam ja klar die hatten ja vorher gar keine chance am ufer zu wachsen auch die dinger werden wir noch öfter bauen da ist da ist auch wasser da können wir auch noch däubchen spenden dahin basteln und dann schicken wir immer schön immer schön raketen hoch mit sagen gut ok ganz leer wasser 6 naja trinken wir erst wenn wir wirklich brauchen so da unten sagst du unten unsere hütte auf der insel ja aber wie gesagt ich will ja mal wissen wo wir so ungefähr sind jetzt geht die scheiße wieder los mit dem mit dem anhalten beim fliehen doch ich halte mal den mauszeiger ein bisschen höher lass mal gehen so so so